ja das gibt es ja gar nicht so eine schweinerei also ich glaube gleich schenke ich mir hier das leise dann nehme ich die akm und halte da und feuer und feuer frei ich bin kommt noch mit so ein bei Was bei der AKM dauert, jetzt kommt doch ein paar mehr. Okay, vielleicht sollte ich doch mit der Schallgenämpften schießen. Ach, scheiß drauf. Okay, ist jetzt nicht so effektiv. Dann doch lieber kurze, gezielte Feuerstöße. Wie es bei Alien so schön heißt. Ich sollte dir doch erzählen, wie der Film mir ist, war der tolle Stallone und Robert De Niro. Also mir hat er gefallen. Das war mal wieder so ein old-fashioned, ja wie soll ich sagen, halt eher so ein handgemachter Film. Einer, der im Grunde im Großen und Ganzen ohne Effekte auskommt. Ja, das ist ja auch mal wieder interessant, mal so einen Film zu sehen, oder? Ja, eben, der sich selbst nicht allzu ernst nimmt und durchaus zu unterhalten weiß. Also, ist ja nun auch, wenn du mal ehrlich bist, wenn du heute ins Kino gehst, dann wisst du ja nie, was du da geboten kriegst. Ja, der wird mir natürlich gefallen, dieser, wie hieß er, zwei vom gleichen, nee, zwei vom alten Schlag, nicht vom gleichen, vom alten Schlag, nicht vom gleichen, vom alten Schlag. Genau, die BMX Boxer, oh, jetzt wird's aber dunkel, okay, jetzt müssen wir ein bisschen die Optionen hochdrehen, damit man hier überhaupt noch etwas sieht. Bist du jetzt am Lager, äh, an einer Hütte, oder? Bist du. Okay. Und gibt's da was für Schönes? Noch nicht, ich, ja, Zombies. Okay, die habe ich hier oben noch. Drei, mehrere. Wann. Wie die aufgescheuchten Hühnerinnen, die hier umgehen. In der Gegend rum. Ich. Bleib doch mal stehen. Macht doch sonst keinen Spaß hier. Ah. Da ist wieder in der allerersten, muss ich mir gesagt, ich gehe die Art. Und, was sagst du? Ja, also ist das zu glauben? Überrauschend. Den Iwan, Iwan, Iwan schenk ich mir jetzt mal. Ah, den kann ich mir jetzt. Rück zum Heli. Weil, das wäre irgendwie mit Schrotze besser. Aber nicht, nimm doch einfach mal ein Bordeschütz. Hehehe. Hehehe. Das wäre natürlich ohne Möglichkeit. Ah? Das wäre natürlich ohne Möglichkeit. Ah. Nimm doch mal ein Bordeschütz. Sag mal. Das Bordgeschütz. Das ist doch meine Variante. Als Tüerschütz einsteigen. Die andere Seite. Als Käpt'n. Als Käpt'n. Ach so, dann muss ich als Käpt'n einsteigen. Zum Kapitänssitz. Okay. Und? Ähm. Kann ich irgendwie... Oder mal? Ah. So, jetzt ist der blöde Iwan natürlich gerade nicht hier, was? Das ist bei mir. Das ist bei mir. Ja, war doch klar. Also hast du noch Moni, ja? Äh, ja, noch 51 Schuss. Wenn... Alle bei mir. Warte, bleib dran sitzen. Ja, 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 nein, 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 nein. Warte mal kurz durch, so. Da bin ich. Und, na loskommt. Wo ist ein Doktor? Ja, 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 nein, 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 nein. Da. Warte, wir. Na. Stehen bleiben. Und? Das war't. Ne, doch nicht. Ah. Ja. 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 gut das hat jetzt nicht so gebracht ja weil ich ihn einfach schlichtweg nicht getroffen habe dann würde ich sagen ich lenke die anderen jungs hier ab und du guckst mal weiter schön dabei hat glühlampe glühlampe damit wer weiß wofür gut ist er muss noch mal drin sein er hat noch was schon wieder erwischt er mich muss ich mich schon wieder verbinden ja herr gott noch mal jetzt naja war nicht so nicht so gut habe ich mir mehr erhofft ja so ist es hier ist er da noch ja 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 so ich würde natürlich gerne mal wieder da drüben gucken gehen ob es da wieder was feines gibt kann ich natürlich alle okay da kommt er raus gleich toll super war jetzt natürlich nicht so erfolgreich wenn die da in dieser scheißhütte spawnen sind natürlich nicht so der knüller so und der hat jetzt so eine glühbirne bei gehabt oder wie ja kann man auch schon mit handeln aber was wir haben haben ja so nebenbei machte doch aber trotzdem werde ich mich jetzt mal da kannst du ja nicht da kommen schon wieder welche raus ich renne mal außen rum mal sehen vielleicht kann ich dir genau ich renne mal hier in wald oder beziehungsweise in die tannenschonung hier vielleicht kann ich sie ja hinter das licht führen vielleicht hat das ding irgendwo ein hintereingang habe ich gerade ein heli gehört habe ich gerade ein heli gehört hat sich eben so angehört als ob ich ein das hat das ding hat auch ein hintereingang hier hier kann ich erstmal durchs fenster schmulen ob es hier was schönes gibt da schon wieder eine silenz du sie versuchte mal wie die mal zu greifen ja tatsache schon wieder eine mini usis heilend diesmal nur ohne muni hier liegt immer noch ein messer kann ich ja mal nehmen vielleicht spawnt dann hier was neuet hier ist nichts gekommen hinten ist nichts gekommen ein bein nichts sehr kurios und hier spawnt immer das gleiche hier sind tatsächlich abgehauen hier hier sind mir gefolgt die zombies hier sind mir gefolgt die stehen ja noch auf dem schrauber warten die auf dich oder keine ahnung jetzt einfach mal von hinten ups keine gute idee so ein herger aber auch tach ja vergessen neu zu laden ach so siehst du ich wollte ja die usi wenigstens mal hier reinpacken da da Wollen wir denn noch zu irgendeinem anderen Camp nach Martin mal wieder dabei gebe ich nicht Ja, aber es ist schon hoch zu landen, oder? Hast du ja auch Ja, ja, können wir machen, na klar Äh, so, ich muss mal kurz taktisch nachladen wollen Ähm... Ja... Ich habe leider nicht wirklich aufgepasst jetzt hier mit dem taktischen Nachladen Dann würde ich mal kurz taktisch nachladen wollen Juhu... Dann machen wir einfach mal kurz eine Aufnahmepause Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich